Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Man nennt mich Stoney, ich mach Rapmusik Mich kennzeichnen politisch kritische Texte und fette Beats Und zwar der Macke Eigenbau Ich steh nicht auf freien Klauen, noch weniger auf Sprüche wie Ich bin cool und du siehst scheiße aus Ich bin ein Rapper, eher freundlicher Art Da in meinem Freundeskreis Beleidigungen nicht so gebräuchlich waren In der Regel hab ich nen DJ dabei Da fließen die Reime live, weil's heiß fließt man dabei Ich hab auf die EP mal ein paar Songs rausgebrannt Damit man, wenn ich scheiße sagen oder einfach staunen kann Daugt mir man, dass die EP nicht im Müll, sondern eher ab und zu in eurer Anlage landet Auch bei Gigangeboten bin ich nicht abgeneigt Denn das ist meine große Leidenschaft und dafür hab ich Zeit Und wenn euch das nicht überzeugt Auf YouTube hab ich einen Kanal und ich hoffe, ihr spielt euch Mut zu Einfach Stone hier oben eingeben Und ihr werdet gleich sehen, dass ich absolut keinen Scheiß sehe Und dann wünsche ich viel Spaß mit der Musik Vielleicht gefällt euch das ein oder andere Lied Ja, ihr könnt euch melden, würde mich freuen Das ist STONN, grüß an euch Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie eine Mail an stonewrapatlive.de Steht auch auf der CD Deinigt Dann Deinigt 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017